Sie werden wahrscheinlich aus der Luft kommen. Jacob sammelt Kämpfer oben im Dorf, um ihre Aufmerksamkeit dorthin zu lenken. Die Kinder und die, die zu alt zum Kämpfen sind, sind in den Katakomben der Akropolis sicher. Ich gehe dorthin, sobald hier alles vorbereitet ist. Du hast gesagt, sie sind schwer bewaffnet. Wie können wir erwarten, sie zu schlagen? Im offenen Kampf können wir nicht gewinnen. Sie werden uns schnell und hart treffen und uns Verluste zufügen. Sie hoffen, uns beim ersten Angriff zu vernichten. Aber wir werden ihre Ungeduld zu unserem Vorteil nutzen. Das wird ein langer Kampf werden. Wenn wir überleben wollen, müssen wir sie langsam und strategisch zermürben. Wir lassen sie aus hundert Wunden bluten, bis sie nicht mehr können. Nur dann werden wir siegreich sein. Fürs Erste entzünden wir die Feuer und warnen die anderen im Tal. Heute siegen wir durch Überleben. Sammelt so viel Munition und Vorräte, wie ihr könnt. Versteckt sie in den Höhlen und Ruinen. Wenn ihr eure Aufgaben erfüllt habt, sammelt euch oben im Dorf. Verstanden? Ja! Verstanden! Gut. Geht jetzt. Möge der Prophet mit euch sein. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich hoffe, sie können mit dem Bogen umgehen. Na klar. Kann ich etwas für dich tun? Ich weiß, du hast zu tun. Trinity wird bald hier sein. Es gibt noch viel zu tun. Aber ich möchte helfen. Lass mich zeigen, dass ich auf eurer Seite bin. Tut mir leid. Das ist keine leichte Zeit für uns. Ich sehe, dass du es gut meinst. Aber guter Wille allein reicht ja nicht zum Überleben. Für neuen Fallspitzen sehen stumpf aus. Stumpfere ist deshalb... Äh, sie traut uns übrigens immer noch nicht, ne? Wollte ich eigentlich nur sagen. Äh, wo geht's denn hier längst? Ich war hier noch nicht. Hallo. Guten Tag. Das können wir ja hier mal kurz gucken. Was ist denn das hier? Fehlende Ausrüstung. Drahtseil. Was kriegt mir denn alles noch? Ich meine, ich finde es schön, aber... Wow. Kriege ich das übrigens auch durch, äh, normal jetzt Hauptquests, oder? Kriege ich das irgendwie durch, durch, durch Selbstherstellung oder sonst was? Oder muss ich es finden bei einer Nebenmission, oder? Hallo. Hi. Guten Tag. Ich grüße Sie. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Hallo. 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 Guten Tag. Hallo. Ich grüße Sie. Hallo. Ja. Guten Tag. Wo muss ich hin? Da muss ich hin? Hallo. Guten Tag. Eine Menge Hühner. Und ein neues Basel-Lager. Äh, erstmal hier vorne. Aber erstmal ins Lagerfeuer. Trinities Anwesenheit, die Leute, die darunter leiden, das ist meine Schuld. Ich habe sie hergeführt. Gott, das passiert wieder, oder? Andere Leute leiden wegen meiner Taten. Nein. Nein. Denk nicht so, Lara. Sonst wirst du noch verrückt. Trinity hätte diesen Ort früher oder später sowieso gefunden. Zumindest habe ich die Chance, ihnen zu helfen, die göttliche Quelle zuerst zu bekommen und sie zum Wohle der Welt, statt für mehr Schmerz und Leid einzusetzen. Ich muss mich konzentrieren. Für jeden, der gestorben ist. Jeden, den ich verloren habe. Einfach weitermachen. Ja, einfach weitermachen. Ich habe das übrigens mit diesem Doppelschuss, was ich gerade nochmal gelesen habe, immer noch nicht ausprobiert, ne? Auch wenn wir es wahrscheinlich nie nutzen, ich... Bogen ist nun mal meine Lieblingswaffe. Ich will hier einmal Bogen-Experte. Und... Lautsosen Kill. Ne, hier, wenn wir uns geheilt haben. So. Inventar können wir wieder was verbessern. Etweder... Hallo, jetzt rede ich doch nicht. Patronenhalter zur Anbringung an der Waffe, die der Menge der mitgefüllten Schrotpatronen... Wir haben nicht mal eine Schrotflinte. Gewehr. Und Gewehr nochmal. So, 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 so. Waffen. Bogen können wir gerade nichts machen. Wir können nur an den anderen Bögen was machen, aber nicht bei unserem. Vielleicht sollten wir eine andere... Bäh, 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 Sprachfehler. Vielleicht sollten wir einen anderen Bogen benutzen. Aber unseren haben wir jetzt so gut aufgebessert und ich will keinen anderen benutzen gerade. Oh, hallo. Hallo. Okay. Ich gucke mich hier ein bisschen um. Die ganzen Hühner versperren mir die Sicht. Ich muss da oben hin. Das heißt, ich gucke mich hier entspannt um. Hier kann ich klettern. Weißt du was? Dann gehen wir gleich hoch. Hier können wir überall klettern. Ich dachte, da liegt was. Deswegen bin ich hochgeklettert. Also da, wo ich gerade hingucke. Da oben ist was. Hallo. Lara macht es mal wieder sehr kompliziert. Unter uns ist was. Toll. Hier ist wieder eine Menge, Menge zu gucken. Eine Eisenmünze mit Einschnitt, die als simples Werkzeug diente. Wurden Nägel damit entfernt? Hier oben drauf. Ja gut, Pfeile brauchen wir gerade nicht. Da unten ist noch was. Ja, hier. Ah. Stufe 7. Da ist noch eine Truhe. Das machen wir auf. Wir müssen da oben hin auf den Turm. Da liegt Munition. Nehme ich doch gerne mit. Ist aber nicht gerade viel. Na gut, das kann ich nicht gebrauchen gerade. Optional. Was ist denn hier optional? Hallo? Ich darf hier anscheinend nicht durch. Was ist denn hier optional? Ich sehe nichts, was optional sein könnte. Dann gehen wir eben zum Turm. Waren wir hier drin? Nein. Die Anhänger des Propheten flohen. Doch sie wurden angegriffen. In Syrien. Wir haben es auf 6. Sie sind doch mit Jacob hergekommen. Ich muss sie um etwas wissen. Wieder. Bei was kann ich helfen? Jacob hat erzählt, dass sie die geborene Entdeckerin sind. Oh ja, das stimmt. Es gibt noch mehr alte Städten. Gräber im ganzen Tal. Vielleicht haben sie die Schutzzeichen bemerkt. Sie sollen Kinder abschauen. Kein Stück. Das ist kein Aberglaube. Diese Orte sind gefährlich. Aber sie bergen auch Relikte unseres früheren Ruhms. Nicht nur Plotter. Was soll ich denn jetzt genau tun? Doch Wissen. Und dieses Wissen brauchen wir jetzt mehr denn je. Früher wäre ich selbst gegangen. Aber jetzt könnte ich ihre Hilfe brauchen. Die Späher sagen mir, sie waren schon in einem der alten Gräber. Teilen sie das, was sie erfahren haben, mit uns? Natürlich. Sie gehören ja ihrem Volk. Wir haben nicht viel. Nur diese alten Münzen. Wenn sie Gold brauchen können, gebe ich ihnen welches für jedes entdeckte Geheimnis. Okay, also das ist so eine langlebige Nebenmission. Weil das ist Wissen aus Gräbern. Wir haben vier von neun. Also das ist so eine Nebenmission. Die werden wir wahrscheinlich nicht zu Ende packen. Was jetzt auch nicht schlimm ist. Meine Stimme ist weg. Wir nehmen mit, was wir finden. Aber manches können wir nicht direkt immer mitnehmen. Und manches... Ja. Müssen wir immer gucken. Okay. Wo kann ich das anbringen? Das da muss ich wegbrennen. Die Frage ist... Kriege ich da drüben überhaupt ne Flasche? Kriege ich hier vielleicht irgendwo ne Flasche? Finden sie den nahegelegenen Eingang? Ich... Da liegt jedenfalls noch was. Ich guck mal, ob ich vielleicht von hier unten ne Flasche mitnehmen kann. Äh... Okay. Habt ihr vielleicht irgendwie ne volle Alkoholflasche für mich? Die ich mitnehmen kann? Nicht zum Trinken natürlich. Ich meine, vielleicht finden wir da drüben ja eine. Aber wenn wir da keine finden, müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Und dann trotzdem hier gucken. Aber die haben hier nichts. Ich dachte, da könnte ich was rausnehmen. Aber ne. Ich setze mich nochmal ganz kurz um. Hier sind auch nur Hühner. Und Hühner kann ich leider nicht explodieren lassen. Doch hier. Ich wusste doch, dass ich irgendwas in der Richtung gesehen hab. So, dann bauen wir einmal um. Und gucken, ob ich von hier drüben treffe. Ja, lauf du Huhn. Lauf. Wow. Nicht mal annähernd. Ich versuch's nochmal. Einmal versuch ich's noch und dann geh ich rüber. Wie, ich hab keine Tücher mehr. Was ist mit meinen ganzen Tüchern passiert? Nein. Wie konnte ich alle meine Tücher verbrauchen? Schön, wie die mich hier hinschicken, was komplett sicher hier ist, ne? Die wollen mich doch eigentlich insgeheim töten. Halt dich bloß fest. Nein, Lara! Dieses Springen ist manchmal einfach furchtbar. Ähm. Achso. Ja. Nochmal von vorne. Nein, warum... Du sollst doch nicht springen. Du sollst rumklettern. Konzentration. Ich bin noch nicht oben. Springen doch nicht. Lara macht mich gar nicht nervös. Ähm. Ähm. Ich bleib hier. Schön hier, ne? Äh. 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 Wir haben's verstanden. Wir haben's verstanden. Alles bricht. Oh, was haben wir denn hier? Äh. 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 Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, äh, Sprengladung und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus und nehmen Sie mehrmals nach oben drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung der Feuersymbol Stoff, Öl und Nummer... Ja, ich hab aber kein Öl mehr. Nee, sonst gar nichts, ne? Nö. Äh. Da, 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 da. Wie komm ich jetzt weiter hoch? Wo, wo muss ich denn jetzt lang? Oh, hier wahrscheinlich. Den Turm, den Turm, den Turm hinauf. Ich hab grad vollen Stein auf den Kopf gekriegt. Das ist gar nicht gefährlich. Oh, halt dich fest. Was? Was? Feuerpfeile ausrüsten, Feuerpfeile entzünden, Feinde, Stoffe und Ölflaschen. Was soll ich denn hier anzünden, bitte? Hä? Bin ich grad dämlich? Ich weiß nicht, was ich grade machen soll. Ach, ich soll das direkt entzünden. Nein. Das war der falsche Pfeil. Danke, Lara. Unsere Leute sind gewarnt. Ich geb ihnen Zeit für die Evakuierung. Wir treffen uns oben im Dorf. Ich sammle unsere Truppen hier. Okay. Ach, schön, wie cool sie da wieder runterkommt. Ah, der sichere Weg. Okay. Öl lässt sich nach Verbrauch wieder am selben Ort auffüllen. Am selben Ort? Ich hab kein Tuch. Ah. Ich hab Tücher. Aber nur eins. Und das... ...will ich nicht benutzen. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin. Da müssen wir hin. Da, 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 da. Da. Ach, jetzt darf ich hier lang? Cool. Ich grüße Sie. Danke. Ah, ich muss noch looten. Jacob? Ist alles gut bei dir? Wenn ihr das Feuer nicht einstellt, seid ihr alle so. Ihr habt 30 Sekunden. Oh nein. Wo ist die göttliche Quelle? Box aus! Stopp! Hören Sie sofort auf damit! Wo ist sie? Halt! Halt! Diese Karte. Der Atlas. Sie zeigt Ihnen den Weg. Okay. Erzähl mir von diesem Atlas. Nice, Jacob. Oh, Pupgun! Schwierig. Wir stehen am Dorf. Ansonsten haben wir Schluss. Wenn Sie mich hören, Sie brauchen Hilfe. Lass nach. Ich weiß nicht. Bitte nein, halt! Ich sehe nicht. Ich sehe nichts. Ohohoh, schön! Kommen wir nicht raus! Ich seh nichts, ne? Es ist furchtbar! Oh, ich treff das Ding nicht! Oh, ich hab keine Munition mehr! What? War dat? Ich muss anscheinend den Tank ja hinten treffen! Oh ja, ist klar! Jetzt ist die verdammte Munition leer! Ich kann mich nicht heilen! Ich bin eigentlich jetzt auch tot! Ich konnte nichts sehen und irgendwie konnte ich mich nicht heilen! Das war super ätzend gerade! Die Einheimischen haben uns überrannt! Sieh, woran du bisher scheiterst! Ich werde nicht scheitern! Trinity greift ein, wenn du's tust. Weißt du, was das heißt? Ich bin entbehrlich! Mein Überleben interessiert sie nicht! Ich brauche die Macht der Quelle! Und du wirst sie kriegen! Verlier den Glauben nicht! Es ist Gottes Wille! Unser Erfolg ist unvermeidlich! Bitte! Finde sie einfach! Mir läuft die Zeit davon! Wir sind... ...so weit! Ich hab' viel erduldet! Die letzten Hindernisse, vor die du mich gestellt hast! Die Sünden, die ich begehen musste! Sie müssen... ...einen Sinn haben! Nur du kannst mir den Weg zeigen! Gib mir Kraft weiterzumachen! Für sie! Für dich! Für Trinity! Bitte! Zeig mir den Weg! Dann fließt also Blut! Dann fließt also Blut! Bleib bei mir! Bleib bei mir! Oh! Tut mir leid! Das haben ihre Leute nicht verdient! Wir haben es so gewählt! Unseren Weg! Es war noch nie einfach! Ich weiß, wie es ist, jemanden zu verlieren! Trinity wird nicht aufhören, oder? Das bezweifle ich! Die haben viele Ressourcen! Und der Atlas? Er ist eine antike Karte der alten Stadt! Aber die werden ihn nicht im Turm finden! Viele meiner Leute leben in diesen Ruinen! Sie sind nicht auf das vorbereitet, was kommt! Ich kann helfen, Jacob! Tun sie das für uns? Oder für das, was sie suchen? Im Moment ist das ein und dasselbe! Sobald ich die Verletzten versorgt habe, bringe ich Verstärkung mit! Ja? Was ist? Wir sind übel dran, Jacob! Der Angriff hat alles verwüstet und wir können niemanden zur Akropolis schicken! Ich weiß! Ich kümmere mich um die Verletzten! Wir müssen sie in Sicherheit bringen! Danach trommeln wir alle zusammen, die noch kämpfen können! Vier hält sie auf, dass wir ertraffen! Ich bete, dass du Recht hast! Ich schicke einen Läufer, wenn wir so weit sind! Das wird tun wir!